Hallo und willkommen zurück, meine Freunde zu Forza 3, Horizon 3. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben, wir haben ein bisschen Geld gesammelt. Was ist das? Fertig mir in den Karre holen? Leicht. Ja, und dann machen wir gleich mal weiter. Was muss man denn machen? In 200 Metern links abbiegen. Ja, Anna, ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen vielen PS unterm Arsch. Sind eigentlich diese Punkte, die an der Klasse stehen, sind das die PS? Oder wie ist das? Also S1 800 irgendwas? Das base ich nämlich nicht so ganz. Sie haben gewonnen. Was ist denn zusammen? Oh, 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 oh. Nein! Oh Gott! Oh, was? So was mach ich doch nicht. Oh nein, das kann ich doch nicht tun. Ich wusste doch, dass es um Straßenrennen geht. Du hast noch eine Einladung gekriegt. Ich verpfeife dich nur unter einer Bedingung nicht. Darf ich mitkommen und mir alles ansehen? Ja, kannst du doch machen hier. Gerne. 10.000 Credits, cool. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, was geht ab? Hä? Jetzt doch bänden? Ah, lassen wir hier mal die Dudes vorbei. Was hat der denn nun hier? Das ist ein nice Carre. Oh, jetzt muss ich schon wieder... Oh, nee, ey. Anna, was soll denn das? Was soll ich machen mit mir? Rute wird neu berechnet. Holy shit. In 400 Metern links abbiegen. Das Treiben ist echt so eine richtig nice Location, ey. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es so weh geben. Das ist schon geil. Ey, guckt euch das an, ey. Uh. Ich habe einen schönen Spoiler verloren. Oh, ich kann einen Reelspin machen. Oh, das ist Wasser, ne? Geil, einfach nur geil. Scheiße, ich übertreibe schon gleich. Ich gucke mir zu sehr die Landschaft an. Ich soll mich besser auf das Fahren konzentrieren. Ey. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. Mann. Mach doch mal Platz. Da vorne sind wir dann auch schon da. Boah. Die Karre hat schon einiges abbekommen. Schafft nur 300. Oh, da war eine Super. Wir haben ihr Ziel erreicht. Starten. Und da ist die Karre wieder heile. Okay, die Bilder könnten auch ein bisschen hochauflösender sein. Die er da genommen hat. Ach, vielleicht geht das nicht. Drivatare werden synchronisiert. Ja. Ja, heute noch mal. Sieh doch mal zu, oder? Boah, schnarch. Aha. Aha. Coatcliff-Besteinigungs-Retten. Hör mal, die Sache ist wirklich gefährlich. Und wir kennen diese Gestalten nicht einmal. Und dieses Versteckspiel macht mir wirklich eine Menge Arbeit. Und du wirst es trotzdem machen. Warum rede ich überhaupt weiter? Ja. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ja, aber Treib- Boah, das fährt mir mit. Alter Vater. Oha. Oha. Das wird spannend. Sag ich mal jetzt schon. Oh, da war ja. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oha. Direkt mal verkackt. Schön. Schönes Ding. Neu starten. S1 888. Und ich habe schon wieder nicht nach den Bremsen geguckt. Ah, das wollte ich doch eben zwischen den Folgen machen. Na, Maul. Scheiße. Och, komm schon. Zu hier. So, jetzt aber. Bitte was? Der Unterstörungsmensch. Habt ihr das gesehen? Krass. So Fähigkeiten hätte ich auch gern. Ey, ey. Boah, schon wieder in das Auto. Ich glaube es nicht. Jetzt fahre ich aber weiter hier. Oh, scheiße. Die Karre zieht schon nach links. Fuck. Ah, scheiße. Die Karre ist schon im Arsch. Ich glaube, da kann ich nicht mehr mithalten. Shit. Ich fahre trotzdem mal weiter. So. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, der Sender, der gar nicht an ist, ist glaube ich ganz gut. Mit dem Gamer und so. Hoffe ich. So. Achtung. Der Unzerstörungsmensch. Oh, wieder weg. Und. Auf etwaige Autos. Ah, da ist das. Da ist das. Ich hier. Ja. Diesmal nicht, mein Prinz. So. Jetzt ist das schon um einiges besser aus. Alter. Was ist denn hier? Alter. Die Geschwindigkeiten, das gefällt mir gar nicht. Wir haben jetzt nur eine falsche Kurve bekommen und ich bin weg. Ich muss echt darauf achten, nicht von der Straße zu kommen, weil das ist echt kritisch. Aber die können natürlich perfekt die Kurve nehmen. Das kann ich nicht. Vor allem, weil ich. Oh, du Pisser. Oh, du Pisser. Nach den Bremsen geguckt habe. Ah. Eine Chance, ey. Fahr nur mit Ferraris und sonst was rum. Ich fahre mit der Silvia. Geil. Egal. Oh. Oh. Oh, das war knapp. So, volles Risiko jetzt hier. Oh, bleibt noch nicht stehen, Spiel. Was machst du? Oh. Oh. Fang dich, Karre. Nein. 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 Oh, zuflüssiger Parkplatz. Alter. Boah, ey. Ja, da völlig plätsel wie sonst was. Scheiße. Es ist auch Nacht. Es muss es Nacht sein. Go, 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 go. Scheiße. Oh, scheiße. Alter. Es hätte auch schief gehen können. Ah, Mann, ey. Ich verbaue mir immer... Die aufgeholte Zeit verbaue ich mir in der nächsten Kurve direkt wieder. Oh, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das ist das Ziel, das ist das Ziel, oder? Das ist das Ziel. Nein. 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 Ah, scheiße. Ah, alles verkackt. Shit. Shit. Okay, nochmal. Oh, Fortschritt geht verloren. Nein, das muss man nicht. Nein, nein, wartet, wartet, wartet. Oh. Hä? Neuter geworden, was soll das? Uh, eine, ein Ford SVT Cobra, ja. Toll. Ganz toll. Man kann direkt ins Auktionshaus. Weg, Freunde. Weg, Mann, nicht. So. Wie war das? Äh, Autos... Tunen? Oder ging das wieder nur am Festival? Ah, es ging nur am Festival. Ach, scheiße. Gut. Ah, es hat zum Glück nicht weit entfernt, das Rennen. Upgrade-Helden. Na, das ist für Upgrade-Helden. Ich bin auch ein Upgrade-Held. So. Äh, Antrieb-Fahrwerk, was gibt es hier so? Bremsen. Aha. Das sind schon die Besten drin. Fuck. Oder? Was ist denn jetzt? Ah, die sind schon drin. Scheiße. Ah, nee, hier noch nicht. Offroad? Nein, natürlich nicht. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ah, montiert. Da steht's. Fuck. Und hier noch? Was? Wie? Überholkäfig? Ja, rein damit. Warum nicht? Sieht cooler aus. Gewichtsreduzierung. Haben wir schon drinne. Ja, das ist ja... Kake jetzt. Was ist mit Reifen? Reifenmischung. Aha. Nein. Rennreifenmischung. Rennreifenmischung. Horizon Rennreifenmischung. Was ist der Unterschied? Oh, wir kommen zuerst zur 2 Klasse. Scheiße. Das ist ja nicht so geil. Das habe ich schon. Hat man auch schon, wie man sieht. Scheiße, was ist denn jetzt? Ach, Kacke. Was habe ich denn da jetzt reingemacht? Überholkäfig und so, ne? Wo war denn das? Ah, glaube ich hier. War das hier? Nein, hier war es nicht. Einen hervor, glaube ich. No. Aha. Scheiße. Auch nur 9, 8. Hä, was habe ich denn da jetzt reingebaut, dass ich erst 2 bin? Fuck. Das ist doch hier alles schon montiert gewesen, oder? Na ja. Was soll's. Oder warte mal. Einstellung verwerfen. Und dann hauen wir nur die Reifen drauf. Hä? Jetzt bin ich... Ach, scheiße mit den Reifen. Passiert das? Ah, ist natürlich Kacke. Aber egal. Na ja, können wir auch den... Überholkäfig und so wieder reinballern. Was ist denn hier überhaupt? Bist du mit deinem Antrieb unzufrieden? Oh Mann, schreibe mich so ein. Jetzt sind wir hier schnell erst zwei hier. Alles rein. Getriebe. Renngetriebe. Rein. Ein Antriebswelle. Rein. Differenzial. Ein Differenzial. Rein. Alles rein. Hier war das. Rein. Hallo. Aha. Was haben wir hier noch? Stabilisatoren. Haben wir schon drinne. Alles klar. Das andere auch schon drin sein. So. Genug. Rumgebastelt. Die Vagin muss getestet werden. Wie sieht das hier aus? 535 kW. Wie sind das? Ja, müsste passen mit dem PS da. Bei der Klasse. 900 PS. Kommt hin. Kaufen. Kaufen. Aber übertrieben jetzt. Ich brauche nochmal irgendwie eine Zweitkarre, die normal Standard fast ist. Ein bisschen mehr Handling. So. Ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. So. Mal probieren hier die ganze Schose. Tschau Leute. Rechts halten. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziele erreicht. Starten. Ich bin mal gespannt. Ob es jetzt was gebracht hat. Oh. Jetzt geht er wieder 5000 Jahre. Mann. Komm gibts mir. Gibts mir. Jetzt sind wieder heftige Karren. Weil ich jetzt S2 bin. Ah. Das sieht so aus. Scheiße. Starten. Scheiße. Ja. Übertreiben. Ja. Zonder. Ja. Was soll's. Scheiße. Bugatti. Ja. Pff. Silvia. Geht ab, Alter. Okay. Ich hab's für euch übertrieben mit der Karre. Junge. Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. Ich kann schon mal sagen, dass das auf jeden Fall auch nix wird. Oder doch. Oder doch. Oder doch. Geh weg. Geh weg. Wir fahren um den Sieg, meine Damen und Herren. Da geht er in Führung. Da geht er in Führung. Die Über-Silvia ist am Start. Fährt in die Bande. Scheiße. Ich hoffe es nicht. Nein. Ah. Da hab ich verkackt. Bis auf jeden Fall hin jetzt. Ja. Das war eine kurze Führung. Aber immerhin lagen wir mal vorne. Ich glaub ich werd den nicht ewig hinter mir halten können. Weil die Karre wie gesagt im Arsch ist. Ah shit. Der ist vorbei. Das ist ein Scheiß-Fehler nicht gemacht mit dem Auto rein. Dann würde es vielleicht anders aussehen. Ultimatives sauberes Rennen. Hast du gesoffen? Was ist das nur für ein Rennen gesehen? Dann würde meine Karre jetzt ein bisschen mehr abgehen. Was ist das für ein Scheiß? Mein dritter, ne? In der kaputten Karre. Das ist schon mal nice. Gegen... Guckt euch mal die Klassen an. Karre, ne? Also, ich bitte euch. Und das mit einer Silvia. Das ist doch geil. So. Das versuchen wir auch gleich nochmal. Auch das letzte Mal versprochen. 17.000 Credits. Alter Vater. Das lässt sich doch sehen. So. Oh nein. Jetzt sind wir hier. Ach scheiße. Scheiße. Wir versuchen mal das andere. Wo geht das lang? Da, da, da. Und dann da. Was ist das Ziel? Ja. Ach komm, probieren wir das mal. Das dürfen ja dieselben Karren sein. In 400 Metern rechts ab. Oh, was geht mit euch denn? Maul. Maul. Rechts abbiegen. Mach ich. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. 90 gefahrene Straßen schon. Die Kart ist echt nicht so groß. Oh. Boni ansehen. Ja. Ach so, Fähigkeiten. Wie viele habe ich? 5, 4. Oh. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was gemacht. Im Total muss man das halt machen. Oh, ich weiß was. So Standarddinger. Sag mal, hier verdienen sie 10% mehr Credits in der Clubliga. Was ist denn die Clubliga? Hüben brauche ich nicht. Hüben. Hüben brauche ich nicht. Hier zählt man im Online-Abenteuer doppelt. Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist hier. Das ist blöd. Sie gehen ja an den Festivals fahren. Was haben wir hier bei Fähigkeiten? Was weiß ich, aber lassen wir hier ein bisschen was freischalten. So, was haben wir hier? Die Punktzahlen für fast... Ja, das können wir machen. Das kommt auch öfters vor. Was haben wir hier? Die Punktzahlen... Windschatten. Okay. Ach, echt? Cool. Man kann nämlich hier so Kolonien machen, wenn diese... KI-Online-Spieler-Fahrzeuge an einem vorbeifahren. Kann man eine Kolonne mit denen machen. Und dann suchen die die Sachen vor ein. Das ist natürlich auch cool. Was ist hier? Hier schießen wir und fallen sie auf. Was in der Kolonne sind... Überholen wir die Wahl. Ja, geil. Ach, scheiße. Noch einen Punkt. Ja, hier kommen wir mal das. Werde ich zwar nie machen, aber was soll's. Was ist hier überhaupt? Ja, wie? Oh, Maul. Ja, scheiße. Ich hab mal hier geguckt. Egal. Nächstes Mal. Er fährt erstmal seinen Mini-Offroad. Ja, das muss ich auch im echt auf jeden Fall machen. Oh, fuck. Sind wir da? Nee, das ist die gesperrte. Rechts abbiegen. Machen wir doch glatt. Okay. Okay. Die Nacht ist auch nicht übertrieben geil. Ich würde ja schon sagen, ey. Richtig schön dunkel. Alles. Das ist vorne. Ich komme natürlich auf dem Bildschirm auch drauf an. Aber bei mir also geil. Das ist einfach nur awesome aus. Oder unten mal irgendeine EP-Tafel oder so. Das ist das Spiel mal gut stehen bleibt. Schon ein bisschen nervig. So, da sind wir angekommen in der Stadt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, mal gucken. Ich glaube, das wird nichts. Weil die ist kurvenreicher. Ich glaube, das ist schlechter. Eher schlechter. Jetzt ist es am Anfang kurvenreicher. Mal schauen. Ich bin schon da rum. Oh, Entschuldigung. Zeit verfliegt auch einfach immer nur. Ich bin schon da rum. Nee, das wird nichts. Oh Mann, kalten, ruhig dich. Oh, scheiße. Nee, nee. Nee, nee. Nee, sorry. Das brauchen wir nicht versuchen. Nee, nicht zurück zum Desktop. Das wird nichts. Dann mache ich lieber jetzt noch mal ein normales Rennen hier. Oder auch zwei. Da brauche ich irgendeine Karre, die der krasse Anmengmessen ist. Keine Silvia. Alter. Was ist das denn für eine Viper? Ist das Timo Recao-Design oder was ist das? Mal her hier. Alter. Nice. Das sieht ja mal richtig pervers aus. Mal her hier. Vielleicht soll ich da... S.A.T. Motorsports. Okay. Nein, das ist weit bei GTSR. Auf dem Strand. Ja, genau. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. Ich glaube, der hat doch einen Scheiß gemacht. Hallo. Hallo. Was ist das hier überhaupt? Nein. Alter. W-w-w-what? 48.000. Ja, easy. Einfach mal so mitgenommen. Cool. Und Stufenausstieg. Ja, hier Mercedes. Ja. Reicht zwar nicht, aber egal. Und das Civic Type R. Was soll ich denn damit? Ich hab hier das Geld genommen. So. Ähm. Vorsichtspunkt? Ne, ich will hier erstmal... Hier so ein... Oh, jetzt muss ich hier nach oben fahren. Ah. Ist ja jetzt auch kacke. Was machen wir denn jetzt mal? Probieren wir doch nochmal das. Ach komm, wir probieren das nochmal hier. Scharf rechts ab. Eigentlich bin ich eben dritter geworden. Horizon hier ist touch-sensitive für Future Classic. Die haben mir gesagt, ich kann Fähigkeitslieder spielen, um euch zu krassen Manövern zu animieren, die euch die doppelte Fähigkeitswertung einbringen. Ja? Stimmt das? Ich verspreche, dass ich versuchen werde, es nicht zu übertreiben. Und los geht's. Das ist auch immer so witzig. Im Übertrieb sind Karren und wir kommen in der Silvia an. In der Drift Silvia. Oh, ist die Viper, hallo. Na? Hast du dich schon von deiner Niederlage erholt? Boah, Alter, es ist aber echt kranke Shit. Kranke Shit, sag ich euch. Kommt hier nicht vorbei. Selbst mit der Rennreifen-Mischung hat sich nichts verändert. Das war so am Triffen. Oh, die Punkte können nicht die Pässe sein. Wir haben sie auch erhöht, wo ich nur die Rennreifen schon drauf gemacht habe. Ja, nee, das ist das Schwachsinn. Da habe ich Mumpels gesinkt. Oh, Mann, da kracht ich auch immer rein. Oh, die Karre hat jetzt nicht schon einen weg. Ich glaube noch nicht. Wow. Ah, die Spitze zieht übel weg. Als Dritter ist wohl echt nicht drin. Ah, weil ich letztes Mal so früh Führung gegangen bin. Deswegen konnte ich die hinter mir lassen. Weil die überholen wohl ein bisschen Zögern hier. Boah, Alter. Nein. 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 Das ist wohl doch ein Ding der Unmöglichkeit, was ich hier versuche. Jetzt full Risk. Oder doch nicht. Da kommt er ran. Da kommt er ran. Da kommt er ran. Nein. Kopfschau. Da ist er im Ziel als Erster. Kurz vor Ende. Noch gepackt. Was für ein Finish. Ja, guckt euch das an. Agera, Ford GT HE, Hennessy Venom, Ford GT 2017er, Aventador Viper, Pagani Sonder, Hypersport Lycan, übrigens der aus Fast & Furious. Alles gar kein Problem. Die Silvia regelt, meine Damen und Herren. Geil. Ja, liebe Freunde. Das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.